Servus Leute und ich bin der Riewinz, wo wir wohnen heute. Du bist nicht der Riewinz, was rätst du da? Es ist Zeit, du musst runter von dem Gefährt, du musst filmen gehen. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Du gehörst hinter die Kamera, wir müssen, heute ist das große Comeback, heute sind wir wieder zurück von unserer langen Pause. Und heute geben wir mal so richtig Gas, dass alles zerreißt einfach nur, dass alles vorbei ist. Let's say go! Das wird, das wird krank. Also Burschen, wir sind wieder zurück in der schnellsten Buch-Maxi Garage von ganz Mitteleuropa. Und ich habe gedacht, nach der langen YouTube-Pause müssen wir mit einem richtigen Banger Video starten. Und wir zeigen euch heute, was wir genau verbaut haben, ein bisschen die Geschichte zum Louis Vuitton Maxi, alles drum und dran. Und ich würde sagen, wir starten, oder? Wir müssen jetzt mal die anderen Sachen, die Leute interessieren uns Moped selber und alles nicht mehr. Ich sehe gerade, Lenz schaut schon wieder nur auf die Weiber. Wie ihr alle wisst, das war die erste Maxi von meiner ganzen Buch-Maxi-Kreihe eigentlich. Ich habe das damals, so einen Spottpreis, ich glaube von 100 Euro oder sowas gekauft, mit Typenschein. Ich grüße noch einmal einen Kreuzinger Franz aus Pfandorf, von dem habe ich die damals gekauft. Ich habe die sofort zerlegt und klarkiert. Es sind eh alle Videos eigentlich damals noch auf unserem EU-Kanal entstanden. Ich habe dann eigentlich die Maxi original aufgebaut, so wie es eigentlich zum Anmelden reicht. Ich habe dann aber festgestellt, dass das nicht optimal ist. Das passt nicht ganz zu dem Moped, das darf nicht original ausschauen. Ich habe den Rahmen wieder komplett zerlegt gehabt. Und habe eigentlich nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Und erst letztes Jahr gegen Ende des Jahres haben wir dann die brennende Idee gehabt, das Maxi muss einfach High-End getunt werden. Und so haben wir das dann auch gestartet. Wir haben die Original-Optik beibelassen wollen. Wir haben in Lenker einen originalen Haufen aufgebaut, haben einen Sitz mit Werkzeugkasten verbaut. Haben aber den Rest vom Moped wirklich High-End getunt. Also ich sage einmal so, wir haben MT5 Magura Scheibenbremsen drauf. Von BikeTotal Sponsorin gekriegt. Haben die Radnarbe von Dax Factory angepasst. Damals mein Projekt Blue Blind. Dasselbe haben wir auch beim Louis Vuitton Maxi verwendet. Haben die Naben hinten gefahren verwendet. Haben die Scheinbremsen aufgebaut. Alles darum, dass wir eine gescheite Bremswirkung haben. Weil wir die 130 kmh knacken wollten. Und wie schaffen wir die 130 kmh? Nur mit einem gescheiten Motor. Und für das haben wir meinen Ital-Kit 74cc von Zeug Maxi Factory. Mit dem ich 2020 auf der Buf Maxi Range gestartet bin. Haben wir da eingebaut. Haben das Ganze ergänzt mit einer KTM Kupplung. Ein 24er Polini Vergaser. Dass da richtig Kraft auch dahinter ist. Und haben nachher einen FMF Shorty Endtopf inklusive KTM 85cc Auspuff angepasst. Und aufgebaut auf das Louis Vuitton Maxi. Zündung haben wir aber bis jetzt eine Originale verbaut. Und das ist auch schon der sprengende Punkt. Wir werden das Projekt noch fortsetzen. Heuer. Das ist nur einmal der Anfang. Wieder der Einstieg in das ganze Projekt. Dass ihr alle wieder drin seid in dem Ganzen. Was da verbaut ist. Wo wir fortsetzen sozusagen. Der DAX Factory hat einen Custom Anreißer gebaut dafür. Damit wir das mit der originalen Zündung auch starten können. Das Ganze wird dann auch wieder anpassen auf diese Elektrazündung. Und dann kann das ganze Projekt starten eigentlich sozusagen. Die 130 kmh endlich knacken. Wir haben bis jetzt noch keine Lichtanlage drauf. Die werden wir aber auch noch erweitern. Sag ich einmal. Das ist aber alles noch ganz schön viel Arbeit. Und das Ganze wird sie sehen in den kommenden Videos. Sag ich einmal. Was haben wir noch so verbaut? Wir haben Gorillalampen verbaut in Chrom. Ich glaube, dass die Chrom-Optik gut dazu passt. Haben das Ölgericht vom Buchshop mit der schwarzen Umrandung. Was Bremslicht, Kennzeichenlicht alles dabei hat verbaut. Wir haben auf viele wichtige, sagen ich einmal, originale Teile verzichtet. Weil ich glaube, dass das Louis Vuitton Markt sich einfach so rennmäßig wie möglich ausschauen soll. Und die ganzen Standardteile wie Seitenteckeln, Parkeldroger und so Sachen einfach nicht auf das Gerät passen. Das Ganze ist aber nicht so einfach. Man braucht einen gescheiten Mechaniker, DAX Factory. Der wird mich bei den kommenden Vorhaben auch wieder unterstützen. Ich würde sagen, wir starten das Projekt rein. Wir nehmen das wieder auf. Die ganze YouTube-Karriere. Ob jetzt geht es wieder um. Let's say go! Von wem hast du die Lieder? Jason King. Neues Album. Ist das dieser Gangsta Rapper aus Holabrun? Gangsta Rapper Top. Austria Top 100. Ist er dann. Quasi mit dem Rav Camora sozusagen. Rav Camora, ja alles. Alles. Rav Camora. Sito. Da tut das Motorrad wieder rein. Da nicht so viel blöd reden die ganze Zeit. Mit dem Laserschwert da. Das Laserschwert muss ich wegkommen, sonst schneide ich dir halt gut. Aufpassen Marco. Hey Dangerous Coots. Was ist Dangerous Coots? Was ist Dangerous Coots? Das ist ein Dangerous Coots. Die müssen wir überprüfen, ob da ja alles passt. Da muss man schauen, ob nichts gefährlich, dass wir fahren dürfen. Wegen einem Pickerl und so. Das hat ein Pickerl? Das haben wir auch gesehen. Noch nicht, aber wenn ich es aufbedusche. Da sieht das selber aus. Das ist alles noch eine Ansichtssache. Du fährst einmal im DC um so einen Aufkleber. Ich biege dir dann sowas drauf, was halt sagt, dass du fahren darfst. Ah, sehr gut. Marco, ich glaube da drin kann man nicht mit dem Opel fahren. Da drin? Ja. Haben wir alles. Alles halb verwöhnt, da kannst du machen, was du müssten. Sonst glaubst du, dass ich da schon alles gemacht habe. Das wollen wir, glaube ich, nicht wissen. Marco, wo fahren wir jetzt hin? Jetzt fahren wir jetzt direkt ins Macherwerk Hauptquartier, wo es die schnellsten Maxis von ganz Mittlereuropa gibt. Wirklich? Musst du nicht deinen Helm aufsetzen beim Fahren? Nein, ja. Setz dich schon immer auf. Ja, schon, gell? Weil Sicherheit geht vor. Dankeschön. Oder hat man gesagt, Sichern ist für euch schlechter? Hahaha. Dann gefreut sich sicher, wenn das Video ist hier. Ja, gefreut sich sicher. Schöne Grüße an Herrn Alltag. Wir haben das alles gelernt. Alles was Sechs heute ist, hat mir alles der Alltag gelernt.